Musik Und damit begrüße ich euch zu einem weiteren Rennen hier aus der F1 Racing League. Wir sind inzwischen schon im 15. Lauf von insgesamt 19 Läufen heute hier in Sochi auf dem Sochi Autodrom in Russland. Und bevor ich es vergesse zu sagen, wollte ich mich noch einmal dafür bedanken, dass wirklich so viele Leute beim letzten Rennen in Suzuka dabei waren und auch wirklich sehr gutes Feedback dagelassen haben. Das ist auf jeden Fall immer eine sehr, sehr gute Rückmeldung, wenn Leute sich wirklich einbringen und über den einen oder anderen Vorfall, den Crash oder irgendeine andere Sache diskutieren. Und ja, da merkt man auch, dass sich Leute für die ganze Sache hier interessieren. Und davon abgesehen, 15 Likes, das ist für meine Verhältnisse doch schon sehr viel und das hat mich auch super gefreut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich für die Leute, die hier regelmäßig zuschauen und auch immer auf Daumen nach oben drücken, denn das ist wirklich die beste Rückmeldung, die ihr mir eigentlich geben könnt. Und ja, so sehe ich auch, dass das hier alles auch einen Sinn hat. Ja, und wie am Anfang eines jeden Rennwochenende sind wir natürlich direkt wieder auf meiner Qualifying-Runde. Wir sind jetzt hier schon im zweiten Sektor von dem Sochi Autodrom, was mir persönlich optisch überhaupt nicht gefällt. Und auch fahrerisch ist es jetzt nicht so, ja, ich sag mal, der Geniestreich von Hermann Thielke, dem Star-Architekten, wie sie ihn immer nennen, Star-Strecken-Architekt. Mann, ist das ein Zungenbrecher. Also, mit dem Sochi Autodrom hat er sich wirklich keinen großen Gefallen getan, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und ich denke, die einen oder anderen sehen das auch so, dass so eine Strecke wie zum Beispiel Yeongam oder vielleicht auch einfach der große Preis von Deutschland wirklich viel besser ankommen würden bei den Fahrern und auch bei den Zuschauern. Denn hier so eine random Sochi-Strecke ist wirklich nicht so der Burner, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, wir sind jetzt hier mit unserer ersten Qualifying-Runde eine 1.34.8 gefahren und das ist wirklich schon mal eine richtige Hausnummer und die Runde, die war auch wirklich, ja, sehr zufriedenstellend. Also, ich hab da jetzt keine Stelle gesehen, wo ich mir durch irgendeine Sache einen riesigen Vorteil verschafft habe oder ich habe auch keine Kurve gecuttet. Also, das war wirklich eine saube Runde, würde ich einfach mal sagen. Die Runde von Monkey Face Base, die sehen wir jetzt hier in der Ultra-High-Speed-Aufnahme, denn, ja, im Rennen ist doch einiges passiert und das war mir dann auch wichtiger. Hier in das Video reinzupacken, als jetzt hier nochmal eine schnelle Runde von Monkey Face Base, die auch nicht ganz für die Pole Position gereicht hat. Wir sehen auf P3 Mattel oder Matti, ich nenne ihn immer Matti. Leute sagen zu mir, dass er Mattel heißt. Für mich ist das der Matti, weil Mattel, weiß nicht, das ist irgendwie, das hört sich so komisch an. Das ist für mich der Matti und dieser Matti, der ist auf jeden Fall neu, jetzt dieses Wochenende dabei. Auch ein sehr guter Fahrer, Ex-TSR-Fahrer, genauso wie Hupsi und Weidi, aber ich glaube, der Matti, der hat doch schon die einen oder anderen Ausrufezeichen gesetzt in der Vergangenheit. Und es wird spannend zu sehen sein, wo sich dieser Mensch hier in der Liga etablieren wird. Ja, die Ampel schaltet auf rot, der große Preis von Sochi wird in wenigen Augenblicken beginnen und es geht los. Letztes Mal hatten wir einen recht schlechten Start durch die Synchronisationsprobleme und wir sehen, heute scheint es Monkey Face Place getroffen zu haben. Monkey Face Place, wirklich einen richtig schlechten Start, wird direkt von Senna, Babylon und Matti kassiert. Und wir schauen uns die ganze Sache hier noch aus der Sicht von Monkey Face Place an und ja, also ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das ein Synchronisationsproblem war. Denn meiner Meinung nach sind er und ich eigentlich recht gleichzeitig gestartet, nur Monkey Face Place ist da einfach beschissen weggekommen. Aber ich will da den Mund nicht zu voll nehmen, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Entweder es war wieder ein Synchronisationsproblem, das aber nach dem zweiten Patch von Code Masters jetzt behoben worden sein sollte. Oder es war wirklich ein super schlechter Start, aber das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wir schauen uns die Sache hier nochmal aus der Sicht von Danger Man 74 an und wir sehen, ja, Monkey Face Place wirklich super schlechten Start. Und Senna, Babylon hinter Arctic Avenger 2 vor Matti und vor Monkey Face Place. Danger Man bleibt dann auf der 5, Captain Killer auf der 6 und ja, das Rennen geht jetzt richtig los hier. Hab zwischenzeitlich aus Interesse mal geschaut, was die Konkurrenz hier so tut, um sich auf dieses Rennen vorzubereiten. Und da sieht man natürlich immer wieder, dass so Kandidaten wie zum Beispiel der Monkey Face Place oder der Senna, Babylon gerne mal Zeitfahren spielen, um da die eine oder andere schnelle Runde zu setzen. Und ich hab da schon gesehen, mit denen ist hier heute auch nicht gut Kirschen essen, denn die haben wirklich eine sehr gute Grundspeed und vor allem auch im Zeitfahren recht gute Zeiten gesetzt. Und ja, ich denke, das wird hier heute ein richtig hartes Stück Arbeit. Wir sehen hier am Ende von Runde 1, Mann, 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 ist der Senna Babylon wirklich direkt in Schlagdistanz. Und wir tun uns hier richtig schwer auf den ersten paar Metern, ich weiß auch nicht, was da los war, kommen hier an jeder möglichen Stelle ein bisschen zu weit raus und verlieren dann natürlich wieder ein bisschen Beschleunigung. Und dann am Ende auch Topspeed für so lange Geraden wie zum Beispiel hier der Geraden, der DS-Grad nach der Start- und Ziellinie. Und wir sehen, Senna Babylon hat überhaupt keine Probleme hier an uns vorbeizuziehen. Wir fahren zusammen durch die erste Kurve und ja, Senna Babylon schneidet da die Kurve rechts. Aber das war okay, denn sonst wäre es unter Umständen zu einer Berührung gekommen. Und ja, sonst können die beiden Fahrer hier nicht durch die erste Kurve durchfahren, würde ich einfach mal sagen. Ja, jetzt heißt es auf jeden Fall, dranbleiben am Senna Babylon, um vielleicht hier gleich im Windschatten nochmal ranzukommen. Aber das wird sich noch herausstellen, ob das so leicht klappen wird. Hinter uns immer noch der Matti, dahinter müsste dann auch der Monkey Faceplay sein. Und ja, wir müssen schauen, dass wir jetzt hier dranbleiben, um dann vielleicht gleich nochmal zum Konter ansetzen zu können. Aber wir sehen, wir haben hier wirklich an den einen oder anderen Stellen doch ordentliche Probleme, das Auto recht gut auf Kurs zu halten. Sie werden da sogar unter Druck gesetzt vom Matti hinter uns. Springen wir mal zum Monkey Faceplay hier aus der Verfolgerrolle. Und diese vier Leute hier ganz vorne sind wirklich sehr eng beieinander. Das schreit nach einem sehr spannenden Rennen, würde ich einfach mal sagen. Denn, ähm, ja, Vierfahrer in recht gleicher Speed. Also wie ihr seht, Matti kann auch super mitfalten. Ähm, der ist wirklich sehr gut unterwegs. Hier ist ein kleiner Sprung zu Runde 4 von 27. Wir sehen Matti immer noch direkt hinter uns. Senna Babylon konnte sich jetzt schon ordentlich absetzen. Der Abstand jetzt schon bei über zwei Sekunden. Also, ähm, ja, da sieht man Senna Babylon wirklich eine sehr gute Pace hier gehabt. Während des Rennens auch. Und, äh, das zeichnet sich jetzt hier schon in den ersten vier Runden ab. Ja, und TSR, nein, nicht TSR, Matti. Das war ja ex-TSR Matti. Matti wirklich mit sehr guter Pace hier. Setzt uns richtig unter Druck. Hier am Ende von Runde 4. Und wir sehen, was mit dem Monkey Faceplace passiert ist. Und, ja, wir sehen es. Monkey Faceplace küsst die Wand. Also, äh, beschädigt sich da den Frontflügel. Und das ist wirklich ganz schlecht. Wirft ihn erstmal aus diesem Vierkampf raus. Vorerst zumindest. Denn, ähm, ja, mit einem angeschlagenen Frontflügel hier in F1 2015. Das ist wirklich... Das ist jetzt nicht so das Wahre, sag ich mal. Und, ähm, ja. Gut für mich eigentlich, denn, ähm... Was ist das denn hier? Ja, unerlaubtes Überholmanöver gegen TSR Matti. Warum sag ich immer TSR Matti? Das ist einfach der Matti. Ähm, unerlaubtes Überholmanöver gegen Matti. Äh, das habe ich jetzt eigentlich nicht so gesehen. Denn ich wüsste nicht, wo ich ihn an dieser Stelle überholt haben sollte. Aber, äh, um da der Strafe vorzubeugen, habe ich ihn dann vorbeigelassen. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Monkey Faceplace ist jetzt erstmal hier aus dem Vierkampf mehr oder weniger raus. Aber wir werden sehen, ob sich Monkey Faceplace dann nach seinem ersten Boxenstopp davon erholen wird. Und die ersten Boxenshops stehen jetzt gleich eigentlich schon an. Und, ja, in Runde 5 von 27 habe ich schon gemerkt, die Reifen bauen jetzt allmählich schon ab. Und ich habe mir gedacht, ja, der Senna Barbidon, der ist jetzt eigentlich schon so weit weg. Gegen den fährst du eigentlich kein direktes Rennen mehr, sag ich mal. Das ist nicht dein direkter Konkurrent. Mein direkter Konkurrent ist jetzt hier in erster Linie der Matti. Und der Monkey Faceplace logischerweise, der jetzt natürlich durch seinen kleinen Fahrfehler erstmal, ähm, ja, ins Hintertreffen geraten ist, sag ich mal. Aber, ähm, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt vielleicht einen Undercut starten würde oder einen Undercut wagen würde, dann hätte ich wirklich sehr gute Chancen hier den Matti langfristig wirklich, ja, auszutaktieren, sag ich mal. Und die Position von ihm zu, äh, bekommen. Und genau das wird jetzt auch getan. Am Ende von Runde 5 gehe ich an die Box, hole mir nochmal frische, weiche Reifen, um jetzt hier unter Umständen ein oder zwei Runden mit den frischen Reifen wirklich richtig Boden gut zu machen gegenüber dem Matti. Denn, äh, standardmäßig geht man hier so in Runde 7, Runde 8 an die Box. Und ich glaube sogar, der Matti ist hier in Runde 8 sogar an die Box gegangen. Und, ähm, ja, bevor wir darüber zu sprechen kommen, jetzt erst nochmal aus der Sicht vom Danger Man 74 hinter Monkey Face Base ist momentan auf der 4. Und wir sehen, Monkey Face Base mit seinem halb lidierten Frontflügel hat richtige Probleme, hier auch halbwegs auf der Strecke zu bleiben. Und, ähm, ja, wir sehen auch, Danger Man kommt hier richtig gut ran. Also, daran sieht man, äh, Monkey Face Base scheint wirklich richtig zu kämpfen haben mit diesem, ja, halb zerstörten Frontflügel. Ja, und wie sich das jetzt hier abzeichnet, wird Danger Man jetzt hier auf der DRS gerade kalt, wie er ist. Ganz kalt wie eine Hundeschnauze ist der Typ, wird jetzt hier zum Überholmanöver ansetzen. Und, ähm, ja, Monkey Face Base macht auch keine Anstalten, sich groß zu verteidigen. Wir sehen rechts auf der Schadensanzeige vorne links orange, das bedeutet, da fehlt ein Teil. Und das wirkt sich natürlich brutals auf den, ja, auf das Grip-Niveau aus. Und, ähm, ja, die Hundeschnauze hat zugeschlagen. Danger Man hat Monkey Face Base kassiert. Und, ähm, ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus wie für den Danger Man, muss man sagen. Wir haben jetzt gerade mal ein knappes Viertel des Rennens absolviert. Runde 6 von 27. Und wir haben gesehen, Monkey Face Base ist jetzt auch an die Box gekommen. Also quasi eine Runde später als wir. Aber logisch, ich meine, mit dem abgeschlagenen Frontflügel wäre ich jetzt auch nicht, äh, länger draußen geblieben. Und wir sehen, unser Undercut hat wirklich richtig viel gebracht. Also, ja, okay, was heißt richtig viel? Ich meine, es hat auf jeden Fall was gebracht, denn Monkey Face Base ist wirklich deutlich hinter uns. Aber man muss dazu sagen, er hat natürlich auch super Zeit verloren durch den, äh, lädierten Frontflügel. Jetzt hier in Runde 7, eine Runde, oder nein, in der Runde, als Monkey Face Base in die Box gekommen ist, oder beziehungsweise aus der Box nach rausgefahren ist. Ach, du meine Güte, was ist das denn? Senna TDSoff lässt überhaupt keinen Platz. Das war nicht ganz okay, muss ich sagen. Äh, muss ich Monkey Face Base hier versuchen, am Senna TDSoff vorbeizukommen, der sich hier wirklich richtig breit macht und fast überhaupt keinen Platz lässt. Und er kommt sogar zu einer kleinen Kollision. Also, das ist wirklich, pfff, also das ist wirklich alles andere als korrekt, sag ich mal. Ähm, so macht man das normalerweise nicht. Ja, wir jetzt hier mit den frischen Reifen müssen am Weedy González vorbei, der immer noch auf den alten Schluppen rumgurkt. Und, ja, wir werden da ein bisschen aufgehalten, aber damit muss man rechnen, wenn jemand mit so, äh, abgenutzten Reifen unterwegs ist. Weedy González jetzt auch an der Box. Und, ähm, ja, wir müssen schauen, wie wir jetzt nach vorne kommen, denn jetzt gehen die anderen, die direkten Konkurrenten auch in die Box. Den Jamin war in der Box. Matti auch an der Box. Und wir sehen, wir haben wirklich richtig krassen Vorsprung vor Matti. Entweder hat er da einen Fehler gemacht, oder der Undercut war wirklich sowas von effektiv. Auf jeden Fall, ihr erinnert euch von dem Boxenstopp. Matti hatte uns noch überholt, dann habe ich mich entschieden, an die Box zu kommen. Und jetzt ist der Abstand wirklich gigantisch. Also, das sind mindestens sechs Sekunden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das ist doch schon eine Menge Holz. Wir sehen hier in Runde 8 von 27. Danger Man muss sich auch an diesem Raufbold Sanity, die Isop, vorbeiquetschen, der da wirklich super früh bremst und hier sich auch wirklich richtig breit macht und keine Anstalten macht, hier irgendwie Platz zu machen für den Danger Man mit den frischen Reifen. Sanity, die Isop, auf den harten Reifen, die auch noch abgenutzt sind. Also, das war wirklich nicht nötig, sich da groß zu verteidigen. Ähm, ja, also, sowas darf in Zukunft auf jeden Fall nicht mehr vorkommen, denn, ähm, das ist wirklich alles andere als fair, sag ich mal. Denn, ich meine, es ist okay, wenn man sich auf einem gewissen Level, sag ich mal, ja, angemessen verteidigt, aber man braucht jetzt auch nicht, äh, quer vor die Karre zu fahren und, äh, die Kurven zu schneiden mit einem deutlich unterlegenen Auto, mit deutlich unterlegenen Reifen, abgenutzten Reifen. Das macht jetzt wirklich nicht so viel Sinn. Ja, wir sind in Runde 10 von 27, haben jetzt knapp, äh, das Drittel des Rennens überschritten, sind, äh, immer noch auf P2 von 11, Senna Babylon immer noch auf der 1, ihr seht unten links, äh, Senna Babylon doch schon einen deutlichen Vorsprung, also, gegen den Senna Babylon hat das wirklich, hat der Undercut wirklich nicht so viel gebracht, was mich eigentlich wundert, denn, äh, ja, eigentlich hätte man da ja aufholen müssen, aber scheint irgendwie nicht so gewesen zu sein. Man muss dazu sagen, dass Senna Babylon während des Rennens wirklich auch, äh, ja, abartige Zeiten gefahren ist, also, das war schon eine recht gute Pace. Wir schauen uns jetzt hier an, wie der Monkey Face Base am Mattel oder Matti vorbeikommen wird. Er ist im DRS und will sich hier die zweite Position zurückholen, nachdem wir das zweite Mal an die Box gekommen sind, die beiden jetzt logischerweise auf P2 und 3, und das sieht hier nach einem recht guten Duell aus zwischen den beiden. Hier nochmal die Boxenstopp-Wiederholung von uns hier, noch ein drittes Mal auf die weichen Reifen, denn, ähm, ja, ihr seht es vielleicht schon, oder habt es bemerkt, der Himmel, der zieht sich langsam zu und es, äh, hat der Mechaniker, glaube ich, auch schon gesagt, dass es hier bald einen, einen Regenschauer geben wird. Und ich war an dieser Stelle des Rennens der Meinung, dass wenn ich jetzt nochmal auf die frischen, weichen Reifen gehe, dass wenn die dann anfangen, ähm, aufzugeben, also wenn die Reifen abgefahren sind, dass es vielleicht genau dann in dem Moment oder in der Runde anfängt zu regnen und ich dann logischerweise den, äh, super Vorteil habe gegenüber der Konkurrenz, die jetzt noch mit ihrer Boxenstopp-Strategie auf den alten, weichen Reifen unterwegs ist, während ich schon mit den neuen, weichen Reifen hier, ähm, ja, äh, die Reifen in zählbare Zeit auf der Strecke ummünzen konnte. Ja, wir sehen, Monkey und Matti liefern sich auch ein richtig starkes Duell, sogar bis zur Boxen einfach vom Monkey Face Base, der dann eine oder zwei Runde später in die Box gekommen ist, als wir. Ähm, hat sich dann vielleicht auch gedacht, ja, jetzt ist es mal Zeit, hier neue Reifen zu holen. Ich meine, er ist ja auch erst eine Runde später in die Box gekommen, als wir. Und, ähm, ja, wir sind jetzt wieder bei unserer Sicht und wir sehen, Danger Man 74, uiuiui, das war ganz, ganz eng, kommt da ganz schlecht raus aus dieser letzten Kurve, oder nein, nicht aus der letzten Kurve, aus einer der letzten Kurven des letzten Sektors und da können wir einfach ganz easy vorbeiziehen. Ähm, das war ein sehr gutes Überholmanöver, würde ich jetzt einfach mal sagen. Äh, wir haben gesehen, nach dem Boxenshop ist Danger Man an uns vorbeigekommen, das war natürlich ganz schlecht und da mussten wir super schnell vorbei und das hat am Ende der gleichen Runde dann auch noch geklappt. Das war auf jeden Fall schon mal ein Schlüsselpunkt dieses Rennens für mich persönlich. Und, äh, ja, wir sehen, der Rest des Feldes, also, Matti ist jetzt auch an der Box gewesen, Senna Babylon, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ah, der war auch an der Box, okay, genau. Wir sehen unten links dieser Punkt, er hat sich traurigerweise immer noch von uns, ja, weiter entfernt, also, das sieht hier wirklich nicht gut aus. Ähm, ja, was heißt nicht gut? Ich meine, es sieht nicht gut aus, um hier langfristig den Rennsieg für uns noch ergattern zu können, aber, ich meine, wenn man hier mit einem guten zweiten Platz nach Hause gehen würde, wäre das doch schon eine recht gute Schadensberenzung. Ja, Runde 16 von 27, ihr seht es, es ist genau das passiert, was ich gesagt habe, es hat angefangen zu regnen und, äh, jetzt ist auf jeden Fall schon der Zeitpunkt überschritten, da, wo die trockenen Reifen funktionieren, denn, ihr seht es, die Strecke ist wirklich komplett nass und jetzt ist spätestens der Zeitpunkt gekommen, da, wo man an die Box kommen muss und wir sehen ein unerlaubtes Überholmanöver gegenüber Monkey Face Base, was ich an dieser Stelle eigentlich nicht gesehen habe, also eigentlich unverdient diese Strafe jetzt hier gegen Danger Man, der da den Monkey Face Base vorbeilassen wollte, was dann aber nicht mehr geklappt hat, weil beide Leute gleichzeitig an die Box gefahren sind, logischerweise, um sich hier die Regenreifen zu holen. Schauen wir uns die Sache hier nochmal aus der Sicht von Monkey Face Base an. Ja, klar, Danger Man hat an der Linkskurve geschnitten, die Kurve, aber hat Monkey Face Base da eigentlich nicht uner... also, was heißt unerlaubt überholt? Ich habe eigentlich gar nicht gesehen, dass Monkey Face Base da vorne gewesen ist. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall, die Strafe wird am Ende des Trends abgezogen, das ist jetzt auch keine, keine Sache, da, wo jetzt wirklich die Suards gesagt haben, ja, das ist jetzt ein Vergehen, was bestraft werden muss, also die, äh, 10-Sekunden-Strafe, die wird am Ende definitiv wieder abgezogen und das war an der Stelle des Trends absolut keine Absicht. Und, ähm, ja, wir sind in Runde 16 von 27, sind auch noch auf den weichen Reifen, also es ist jetzt hier quasi ein Flashback von Runde 16, da, wo diese beiden Kampfhähne eben an die Box gekommen sind. Wir sehen jetzt hier nochmal einen kleinen Ausschnitt davon, wie wir uns jetzt hier schlagen und wir sehen, äh, wir haben auch richtige Probleme hier, das Auto auf der Strecke zu halten. Und wir sehen auch oben, das DHS wurde jetzt deaktiviert, also bedeutet es jetzt wirklich, äh, Regenwetter und Intermediate-Zeit oder sogar Heavy-Wet-Zeit, aber so wie es jetzt momentan aussieht, würde ich eher zu den, ach du, oi, 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 das ist wirklich hier ein Tanz auf Eiern, hier mit den, äh, abgenutzten Slick-Reifen im Regen rumzugurken, das ist wirklich schrecklich. Ähm, ja, wir holen uns jetzt hier die Intermediate-Reifen. Ja, und hier sehen wir nochmal, wie Monkey Face sich die Intermediate-Reifen geholt hat, in, am, nein, am Ende von Runde 16 und genau dann haben wir uns auch die Intermediate-Reifen geholt. Also, hier sehen wir es, wir sind jetzt auch auf den Intermediate-Reifen und, ähm, wir springen jetzt eine Runde nach vorne, denn es hat sich in der Zwischenzeit wettertechnisch doch was getan und zwar ist es noch stärker am Regnen jetzt. Ihr seht es, die Intermediate-Reifen, die scheinen die Menge an Wasser nicht mehr bewältigen zu können, ähm, und das bedeutet nichts anderes, als dass die Intermediate-Reifen jetzt auch nicht mehr geeignet sind für diese Bedingungen und, äh, ja, dann, ach, ja, ich hab's gerade gesagt, die Intermediate-Reifen sind nicht mehr geeignet für diese Bedingungen und das gilt natürlich auch für die Traktion, denn wirklich zu diesem Zeitpunkt des Rennens war es wirklich sowas von schwierig, das Auto auf Kurs zu halten und vor allem die Traktion halbwegs hinzukriegen. Ihr habt es gesehen, ich hab das Auto, das Heck verloren, hab mir da auch den Frontflügel angeschlagen und, ja, im Regen mit einem Front, äh, angeschlagenen Frontflügel ist es noch fünfmal schlimmer, als im Trocknen einen angeschlagenen Frontflügel zu haben. Also, jetzt ist es dann wieder an der Zeit, hier in die Box zu kommen und sich die Heavywets zu holen. Ihr seht es, die Heavywets mit dem starken Profil und, äh, ja, das hat auf jeden Fall dann nochmal ordentlich Zeit gekostet, hier diese Runde mit dem abgeschlagenen Frontflügel, äh, bis zur Boxengasse zu fahren. Ihr habt gesehen, ich bin kaum um Kurven gekommen und, äh, ja, das bedeutet nichts anderes, als dass der Monkey Facebase davon profitiert, denn der Monkey Facebase war jetzt auch schon wieder an der Box und hat sich auch die Heavywets geholt und ist jetzt unten links auf der Karte wirklich schon direkt dran und wir sehen es jetzt hier aus der Sicht von Monkey Facebase, wie wir da wirklich richtig zu kämpfen haben, das Auto auf der Schrecke zu halten. Ja, und das sieht so aus, als ob der Monkey Facebase hier uns jetzt gleich attackieren wird auf dieser langen DRS-Graden, wobei es ja im Regen gar kein DRS gibt, aber den Angriff verkneift er sich dann nochmal. Ich meine, das wäre jetzt auch ein bisschen gefährlich gewesen, denn so nah war er jetzt auch noch nicht dran. Aber das sieht hier wirklich richtig danach aus, als ob der Monkey Facebase hier jetzt gleich zum Angriff ansetzen wird. Wir verbremsen uns jetzt hier nochmal und kommen hier jetzt nochmal richtig beschissen um die Kurve und wir sehen, Monkey Facebase kommt einfach viel besser um die Kurve und überholt uns da recht, ja recht leicht, so wie wir eigentlich den Danger Man eben auch überholt haben. Also das war wirklich nicht ideal hier, muss ich sagen, vor allem das mit dem Frontflügelanschlagen, das hat doch schon eine Menge Zeit gekostet und ja, jetzt sind wir auf P3 zurückgereicht worden, vor uns Monkey Facebase, davor irgendwo im Jenseits, Senna Babylon und ja, hinter uns der Matti. Jetzt haben wir nochmal einen kleinen Jump, einen kleinen Sprung gemacht zur Runde 23 von 27 im Laufe der paar Runden. Jetzt hier habe ich mich doch einigermaßen gut an die Regenreifen gewöhnt und dann sind wir auch schon wieder in Schlagdistanz zum Monkey Facebase, also das ist hier noch lange nicht gegessen. Es sind jetzt auf jeden Fall nur noch vier Runden zu fahren, hier beim großen Preis von Sochi und wir sehen auch, der Monkey Facebase hat Probleme, das Auto auf der Strecke zu halten, nimmt hier auch gerne mal das Grün der Auslaufzone mit, genauso wie wir auch selbst und ja, das kann man keinem verübeln, denn ich meine, bei diesen Bedingungen, wenn man wirklich am Kämpfen ist, ist es wirklich richtig schwierig, hier zu fahren wie eine 1, vor allem, wenn man einen 1-1-Flügel hat, so wie Monkey Facebase und ich, denn wir haben hier auf Trockenwetter spekuliert und ja, das kommt uns jetzt natürlich hier überhaupt nicht zugute. Es sind noch drei Runden zu fahren, hier beim großen Preis von Sochi, wir sind immer noch dran am Monkey Facebase, aber wenn wir jetzt hier langsam mal die Position wollen, dann müssen wir jetzt langsam auch mal einen Angriff starten und das versuche ich jetzt hier auf dieser langen DRS, gerade im Fettgemisch, aber wir kommen da irgendwie überhaupt nicht dran, wahrscheinlich hat Monkey Facebase selbst ins Fettgemisch geschaltet, vielleicht auf der Start- und Ziellinie, Monkey Facebase macht einen Fehler, verbremt sich da ein bisschen, aber wir stehen da auch quer, also ist es eigentlich egal, dass Monkey Facebase den Fehler gemacht hat, wir kommen da minimals von der Strecke ab und kriegen wieder eine Streckenbrenzung überschritten, also wirklich katastrophal hier in den regnerischen Bedingungen, man kriegt wirklich für jeden kleinsten Scheiß irgendwie einen Eintrag und das ist wirklich auch nicht toll, sag ich mal. Wir sehen in Runde 25 von 27, der Regen hat wirklich deutlich nachgelassen und das ist die entscheidende Szene des ganzen Rennens für Monkey Facebase, ihr habt gesehen, Monkey Facebase wechselt auf die Slicks, auf die Trockenreifen, ich habe mich das an dieser Stelle des Rennens noch nicht getraut, ich wechsle hier auf die Intermediate-Reifen und das war leider genau die falsche Entscheidung, denn Monkey Facebase hat in dieser einen Runde wirklich zig Sekunden gewonnen, ihr seht unten links, Monkey Facebase ist gar nicht mehr auf der Karte zu sehen und ja, unsere Reifen sind praktisch am Verbrennen, ihr seht die Temperatur ist wirklich rot und die Intermediate-Reifen waren wirklich die komplett falsche Wahl, ach mein, also ich sag mal, wären wir hier nochmal auf die Trockenreifen gegangen, dann wäre es vielleicht nochmal ein bisschen enger geworden, aber die Tatsache, dass wir auf die Intermediate-Reifen gegangen sind und Monkey Facebase auf den Trockenreifen war, hat uns quasi, ja hier, die Chance auf den zweiten Platz genommen. Ja und hier ist dann das Endergebnis, Senna Babylon vor Monkey Facebase, vor Arctic Adventure 2, vor Mati, falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst einen Daumen nach oben da, wirklich super von euch und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Ciao!